Hallo Leute, heute in meinem Artikel in 5 Minuten geht es um den Dreisatz, Stichwort Prozentrechnung mit Dreisatz und sowas. Wie funktioniert sowas? Also wenn ich eine Aufgabenstellung habe, wie folgt. Ich weiß, 3 Euro entsprechen, das wird oft mit diesem Zeichen gemacht, oder schreibe ich es mal so, 3 Euro entspricht 100 Prozent, wie viel Euro x Euro entspricht 200 Prozent. Einfache Rechnung. Ja, wie gehe ich jetzt vor, wenn ich sowas in einer Aufgabenstellung habe? Dann sage ich, okay, 3 Euro entspricht 100 Prozent, x Euro entspricht 200 Prozent. So, und dann mache ich hier so ein Kreuz, wie in der Kirche mache ich hier ein Kreuz. Und dann verbinde ich die Ecken, wo ich sauberne Zahlen habe. Also da habe ich 3, da habe ich 200. Also mache ich 3 Euro mal 200 Prozent. Und jetzt teile ich durch die Zahl, also die andere Kreuzseite, wo ich eine Zahl habe. Ich teile durch 100 Prozent und das hier ist mein x Euro mit der anderen Seite. Und dann kann ich hier zusammenrechnen. 3 mal 200, ja, das ist hier 600 Euro Prozent durch 100 Euro Prozent, eigentlich nur noch Prozent, dann kann ich hier Prozent kürzen. Dann habe ich hier 600 durch 100 und das ergibt mir 6 Euro. Und das ist gleich mein x Euro. Also so kann ich hier mit meinem Dreisatz diese ganzen Geschichten berechnen. Geht ziemlich rucki zucki, wenn ihr das auf so eine Form hier gebracht habt, könnt ihr ein Kreuz machen und zack, hier berechnen. Also hoffe, das Video zum Dreisatz hat euch weitergebracht, hat euch weitergeholfen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Mathematik in 5 Minuten.